Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir die Zeugnisse und die Berichte der Bibel immer wieder lesen, immer wieder studieren, darüber sprechen, zuhören, wenn darüber gesprochen wird, sie weiterzuerzählen, an die nächste Generation weiterzugeben und sie in uns hinein quasi ganz tief einzugraben? Die Antwort ist, wenn du die biblischen Berichte und die Zeugnisse und das Wort Gottes ganz tief in dein Herz und in dein Denken und in dein Glaubensleben hineinbaust, dann wird es dir zur Ermutigung, dann wird es dir zur Auferbauung, dann wird es dich erfrischen und es wird dir Zukunft und Hoffnung ins Herz hinein sprechen. Dann wirst du leben aus den Berichten der großen Zeugnisse von Frauen und Männern Gottes, die mit Gott unterwegs waren, die mit Gott etwas erlebt haben und die es wirklich ergriffen haben und weitergesagt haben. Wenn du mit Gott etwas erlebt hast und du hast ein Zeugnis darüber, dann ist es wirklich gut, wenn du es anderen weitergibst. Denn das wird Auswirkungen haben für dein Leben, für deine Familie, für die Mitarbeiter, mit denen du zusammen bist, für alle, die um dich herum sind. Und Zeugnisse sind eine ganz starke Kraft, wenn sie mit Gott erlebt wurden und wenn sie andere auferbaut. Es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder weitersagen, was wir mit Gott erlebt haben. Das ist das Zeugnis der Schrift. Das ist das, weshalb Gott sein Wort festgehalten hat, aufgeschrieben hat, damit wir es bis heute haben und erleben, davon ernährt werden, in unserem Geist erfrischt werden. Und ja, mehr noch, wir sollen nicht aufhören, es in die nächste Generation hineinzutragen. Denn jede Generation muss das Wort Gottes ganz frisch, ganz neu und ganz persönlich hören. Ganz neu sich selbst für einen Glauben an Jesus entscheiden. Und das lesen wir schon in dem Psalm 78. Den will ich dir jetzt vorlesen, damit du weißt, ich bin wirklich dazu auch berufen, das Wort Gottes in die nächste Generation weiterzutragen, an deine Kinder heranzubringen. Hör nicht auf, damit deinen Kindern davon zu berichten, was Gott in der Bibel geschrieben hat, aber auch, was Gott in deinem persönlichen Leben getan hat. Denn das sind kraftvolle Zeugnisse in der Gegenwart. Im Psalm 78 lesen wir, was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen, ihren Söhnen und der zukünftigen Generation erzählen. Die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit die zukünftige Generation sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten. Damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Hier geht es darum, um das Weitersagen. Weitersagen der guten Nachricht. Weitersagen der Botschaft, die von Gott erzählt, dass Gott rettet, dass Gott befreit, dass Gott wiederherstellt. Und dass du dein Vertrauen auf ihn setzt. Er ist der Große, der an deiner Seite ist. Ja, viel mehr noch. Gott in dir. Jesus in dir. Christus in dir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!